Arnoldus Buch Elios Auch Ernout von Buchel war ein niederländischer Humanist, Jurist, Altertumsforscher, Genealoge und Heretiker. Leben Buch Elios stammt ausweislich seines Wappens und verschiedener Notizen in seinen Tagebüchern aus der Kölner Ritterfamilie Büchel, die ihren Stammsitz in einen Hof auf dem Büchel am großen Griechenmarkt 6 hatte. Die Familie Fann dem Buchel in den Kölner Schreinsbüchern auch lateinisch De Monticulo oder De Cumulo ist seit dem 12. Jahrhundert belegt. Sie war im Köln-Bonn-Godesberger Raumreich begütert. Buch Elios Großvater Edmund von Buchel war aus der Nähe von Köln, nach Arnolds Vermutung aus Borklemünd oder aus Düren, nach Holland übersiedelt und Drost von Bühren und Beusichem in Gelderland gewesen. Arnoldus Buch Elios war das uneheliche, 1585 legitimierte Kind des Ernst von Buchel, Kanoniker des Stiftes St. Peter in Utrecht und der Britta Jan S. Dr., Tochter des Rektors Johann E. Wertz von Limburg der Lateinschule in Kampen. Johann E. Wertz, der auch als Drucker und Buchbinder arbeitete, druckte den Bericht des Dominikaner Prios Laurenz Lauensen über das Older Summa Religionsgespräch von 1526 und andere Schriften. Arnoldus Buch Elios Mutter heiratete zwischen 1565 und 1569 den Landvermesser Johann Adrinsz. Ruisch Von Oktober 1569 bis 1571 floh die Familie vor den spanischen Truppen aus Utrecht nach Gorinchem. Buch Elios besuchte die Lateinschulen in Utrecht und Arnheim und studierte ab 1583 zusammen mit seinem Schulfreund Johannes David in Leiden. Er war Schüler von Justus Lipsius und Hugo Donelus. Von 1584 bis 1585 besuchte er die Universität du I. Von Juni 1585 bis 1586 studierte Buch Elios an der Sorbonne oder am Collegium Trilling in Paris. Dort lernte er unter anderem Jean Dorat, André Tiffitt oder Paul Melissos kennen und hörte Giordano Bruno. 1586 bis 1587 war er in Utrecht. 1587 reiste er über Amsterdam, Bremen, Kassel, Frankfurt am Main, Heidelberg und Speyer nach Köln zu seinem Onkel Hubert von Buchel. Einen ehemaligen Kanoniker des Utrechter Marienstifts. Nach einem dreimonatigen Aufenthalt in der Domstadt reiste Buch Elios im Herbst 1587 zusammen mit den Buchdruckern Martinus Culinus, Arnold Milius, Johann Gemnich III und anderen Personen per Schiff zur Frankfurter Buchmesse von dort über Ulm, Augsburg, Patenkirchen, Innsbruck, Brixen, Trient und Bozen nach Italien, über Pontua, Venedig und Ravenna gelangte er Ende des Jahres nach Rom. Auf der Reise durch Italien, zu der auch ein dreiwöchiger Abstecher nach Neapel gehörte, machte Buch Elios Aufzeichnungen über römische Ruinen, Innschriften und Kunstwerke. 1588 kehrte er über Siena, Florenz, Bologna, Padua, den Brennerpass, Augsburg, Mainz, Bach, Arach, Koblenz und Köln über Ruhrort, Duisburg, Orsoy, Wesel, Resemmerich und Arnheim nach Utrecht zurück. Bis 1591 war Buch Elios Sekretär des Grafen Weilraaf III. Von Brederode Klötinge, Herr von Vianen, in Den Haag. In dieser Zeit besuchte er mehrmals die Maler Hendrik Golzius in Haarlem und Jakob Degain II. in Amsterdam. 1591 bis 1592 trat Buch Elios in den Dienst des Grafen Johann van Horne, Herr von Boxtel und Gouverneur von S. Hertogenbosch. Mit dem er 1591 eine zweite Reise nach Deutschland unternahm. Die Reise führte über dieses Mal über Fegesack, Bremen, Verden, Hannover, Einbeck, Münden, Kassel, Fritzlau nach Tracy und ab hier, der Brabanter Straße folgend über Kirchheim, Marburg, Gladenbach, Dillenburg, Heigers, Siegen, Denklingen, Overath und Deutz nach Köln. Nach einem längeren Aufenthalt in Köln reisten Buch Elios und Graf von Brederode über Müllheim, Düsseldorf, Ratingen und Bräuch nach Duisburg. Wo sie wieder einen längeren Aufenthalt einlegten, von dort ging es über Wesel, Rees, Griethausen, Emmerich und Schenkenschanz nach Arnheim. Am 6. Februar 1592 erwarb Buch Elios in Leiden das Lizenziat der Rechtswissenschaft mit einer Disputation über den Leihvertrag in den Digeständis. Corpus Iuris Civilis. Anschließend wurde er Hofgerichtsadvokat in Utrecht. 1597 besuchte Buch Elios dreimal Dölf, wo die Schwester seiner Frau, Gertruid van Forrest, mit dem Arzt Aelius in Veradus Forstius verheiratet war. Sein Schwager, Forstius, war Leipatz der dort im Exil lebenden Gräfin von Moos, Anna Walburka von Neuenahr. Bei einem letzten Besuch in Köln 1599 bis 1600 regelte Buch Elios Erbschaftsangelegenheiten als Testament Vollstrecker seines verstorbenen Onkels. Hubert van Buchel, der sein Vermögen, den Armen, hinterlassen hatte, starb Buch Elios einziger Sohn. 1617 besuchtem Buch Elios und seine Frau Groningen und Emden, kurz nach der Rückkehr starb auch sein Stiefsohn Jakob van der Woort. Buch Elios war 1619 bis 1621 bewind Hebert der Kammer Amsterdam der Ostindischen Kompanie. 1622 bis 1624 und 1626 bis 1628 Uderling, der reformierten Gemeinde in Utrecht und 1623 bis 1629 einer der Regenten des Utrechter Zuchthauses. Arnoldus Buch Elios wurde in der Gerte Gerg in Utrecht begraben. Familie Nach einigen amorösen Affairen, über die er freimütig berichtet, heiratete Buch Elios am 8. Mai 1593 in der Utrechter Gerte Gerg Klaasje van Forrest, die Witwe des Stadtrates Valentin van der Woort. Tochter des Zingisers und Kaufmanns Cornelis van Forrest und der Petronella van Ofermeer, Cousine seines Freundes Johannes de Witt. Klaasje brachte einen vierjährigen Sohn Jakob van der Woort mit in die Ehe. 1594 wurde der gemeinsame Sohn Ernst geboren. Arnoldus Buch Elios hatte aus früheren Beziehungen seines Vaters einen Halbbruder, den Schuster Melchiora ERTSZ, und eine Halbschwester Gertruid, die 1561 Dirk D. Lange heiratete, sowie die beiden Schwestern Johanna und Maria, die 1589 Jakob Quäkel aus Dordrecht heiratete, Werk und Bedeutung. Buch Elios stand in regelmäßigen Briefwechsel unter anderem mit Johannes David, Josef Justus Galliger, Paulus Merula, Petrus Scriverius, Daniel Heinzius, Philipp Klüver, Johannes Isa K.S.Z. Pontanus, Gerhard Johannes Vossius, Johannes D. Lied, Samuel M. Zing, Obert, Mireius, Peter, Cornelisch, Bockenberg, Jan van Bewerwey, Kaspar van Berle, Wouter van Guthöven, Aelius Inverhadus Forstius, Adolfus Forstius, Franziskus Verzius, Jan Gruter, Gisbertus Forstius, Johannes van Mürs, Adrien Plos van Amstel, Anna Maria von Schürmann oder Johann Friedrich Gronovius. Als Reaktion auf den kalvinistischen Bildersturm begann Buch Elios, Texte und Zeichnungen von gefährdeten Gebäude, Innschriften, Grabsteinen und so weiter anzufertigen. So sind ihm zum Beispiel eine Zeichnung und eine Beschreibung der 1587 niedergelegten Salvatorkirche in Utrecht oder eine Handzeichnung des verlorenen römischen Grabsteins der Familie der Avelier, der an der Westseite der Sankt-Ursula-Kirche eingemauert war und in Schriftenkopien aus Köln zu verdanken. Aus römischen Legionsstempeln und Münzen, die er zusammen mit Johannes de Witt in der Umgebung von Utrecht gefunden hatte, schloss er, dass die Batavia entgegen einem unter niederländischen Humanisten verbreiteten Mythos keine freien Verbündeten der Römer waren, sondern die Nordgrenze des Römischen Reiches entlang der römischen Militärlager Arnakum, Bader, Grinisbater, Vudorum am Rhein verlief. Buch Elias besuchte auch Deutschland mehrfach und machte zu vielen Städten historische Notizen, insbesondere über Köln, wo er sich vom 5. Juni bis 24. September 1587 von Mitte Mai bis zum 22. Juni 1588, vom 17. Juli bis zum 23. September 1591 und vom 25. August 1599 bis zum 18. Januar 1600 aufhielt und überämten, dass er 1617 bereiste. Nach einer verschollenen Skizze seines Freundes Johannes de Witt fertigte Buch Elias um 1596, 1696 in der Handschrift Adversaria eine Zeichnung des Svan Theaters in London an, die einen Eindruck von der Innenausstattung eines englischen Renaissance Theaters zur Shakespeare-Zeit vermittelt. In den um 1615 entstandenen Monumenta Passim in Templis A.C. Monasterius Traject Neobis ad Queacri Inventa, beschrieb Buch Elias Altertümer in der Provinz Utrecht und einigen Orten ihrer Umgebung wie Korten, Höf, Maaßen, Hauten, Martensdeig, Westbrück, Tienhoven und Bräukelen. Die etwa 1625 aufgezeichneten Inscriptions Monumenta in Templis e Monasterius Belkaises Inventa sammelten in Schriften aus den Provinzen Utrecht und Holland und dem Herzogtum Brabant. Religiös entwickelte Buch Elias sich im Laufe der Jahre von einem erasmischen Katholiken zu einem orthodoxen Calvinisten. Er hinterließ eine große Bibliothek und eine umfangreiche Kunstsammlung. Buch Elias Notizen und Tagebucheinträge sind nicht nur bedeutsam für Archäologie, Kunstgeschichte und Volkskunde, sondern werfen auch einen Blick auf ein multikonfessionelles Alltagsleben in sogenannten Zeitalter der Reformation und Gegenreformation bzw. der Konfessionalisierung in der Frühneuzeit in den Niederlanden und anderen europäischen Ländern. Darstellung in der Kunst Porträts von Arnoldus von Buchel und seiner Frau Klaskin von Buchel van de Fort aus dem Jahr 1610 von Paulus Morrelse befinden sich im Zentral-Museum Utrecht. Crispin die Passe der Ältere fertigte 1614 einen Kupferstich von Buch Elias an. Wappen Drei silberne Kugeln in rotem Feldbalkenweise Auf dem Helm eine silberne Kugel zwischen zwei roten Adlerflügeln Hemmdecke Rot-Silber Erwähnt seit 1359 Buch Elias berichtete, dass er die Wappen seiner Vorfahren 1587 bei seinem Besuch in Köln unter den Wappen der Stifterfamilien der Minoritenkirche entdeckte Werke Beitrag in Crispin die Passe Hortus Floridus Johannes Janssonius Arnheim 1614 Nassauischen Noreignienboom Der bei Geföcht Dekonterfeizels Der vornehmster Helden Die Oddesin Stammgesbotens Die Hennendese Vrye Landen Gebruikteben ist gleichmalus Aurantius Nasovicus Kontinent simulachra heruum ex illustrisi stirpe Nasovica or Quorum Consejo e Amis Libertas Provincia Consuit Belgi Hactenus Conservata e Defensa est Salomon Deu Utrecht 1615 Deskripsche Trajektensidio Cesis In Johannes Deleit Belgii Konföderatii Respublike Säugel Rie, Holland, Zeland, Trajekt, Fries, Transisal, Groning, Choreographica, Politica, Deskripsche, Elcevir, Erben, Leiden, 1630, S. 153-175 Catalogus Libro Rom, Clarisse, Miviri, D. Arnoldi, Buche, Lied, Juris, Konsulti, Pforum, Oxche, Hebebitur, Majidi, Matis, in Edibus, Sifanx, in Plato, Vulgo, Dict, Erhora, Acht, Matutina, Egidius Roman Utrecht 1642 Johannes Debeka, Wilhelm Heda, Arnoldus, Buch Elius, Petrus Sofridus Johannes Debeka, Canonicus Ultrajectinus, E. Wilhelmus Heda, Prepositus Angelmensis, Del Episcopis Ultrajectinis Recogniti e Notis Historesis Illustrati Aban, Buch Eliobata, Wo I, C. Ex et und Lem, Hortensii, Montforci, Setsonum Ultrajectinarum Libri, E. Sifredi, Petri, Friesi, Appendix et Historiam Ultrajectinem. Jan in Wartzen van Dorn Utrecht 1642-43 Arnoldus Buch Elius, Nikolais Heinzius der Ältere Epitaphia in Johannes Moyerski-Morte in Jakob Grunovius Uberum Ingeniorum Copiam und Empvarias Exerciitium Ammonetates Recensens Peter van der AA Leiden 1701 Diarium B. D. I. Blätter 4 R. 52 R. ist gleich Cornelis Anton van Wachendorff Petrus van Mussienbrück Deskripsche Urbis Reno Trajectine Eliak etris Présetim Trajectin Aspectincia Exapta Ex in Edito M. S. Arnoldi Buch Eli Diario Johannes Alter Utrecht 1817 Samuel Maler Arnoldus Buch Elius Trajecti Bata Verwurm Deskripsche In Beitragen on Mededilingen van Hedt Historisch Genoerschap 27 1906 S. 131-268 Monumenta qua dam sepulcrelie e publique ist gleich Samuel Maler E. E. N. Bezirk T. E. Groningen on Emden in Hedt Jahr 1617 In O. U. De Holland 4 S. 109-112 Arnoldus Buch Elius Observationes Sub Presbyteratum E. O. H. R. S. G. von Samuel Maler In Beitragen on Mededilingen van Hedt Historisch Genoerschap 10 S. 29-63 Diarium B. D. I. Blätter 158 R. 209 R. ist gleich Lämmerich Abraham van Langerat Alexandre Charles Philipp Wiedia Deskripschen de Paris D. Arnold van Buche L. In Memoires de la Societe de L'histoire de Paris E. De Lille de France 26 1899 S. 59-195 Paris 1900. Diarium B. D. 2 Blätter 1 R. 91 R. ist gleich I. T. E. E. Italicum H. R. S. G. von Rodolfo Lonciano Typografia del Senato Rom 1901 Diarium B. D. I. Blätter 215 V. 256 R. ist gleich Hermann Keussen Die drei Reisen des Sudrechters Arnoldus Buch Elius nach Deutschland insbesondere sein Kölner Aufenthalti In Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein insbesondere das alte Erzbestum Köln 84-1907 S. 1-102 Diarium B. D. 2 Blätter 148 V. 163 V. und Diarium Itineris Maikoloninsis ist gleich Hermann Keussen Die drei Reisen des Sudrechters Arnoldus Buch Elius nach Deutschland insbesondere sein Kölner Aufenthalt 2. 3 In Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein insbesondere das alte Erzbestum Köln 85-1908 S. 43-90-90-114 Diarium ist gleich Diarium von Arendt von Buchel H. R. S. G. von Gisbert Brum, Lemmerich, Abraham von Langerath, Amsterdam, J. Müller 1907 Diarium ist gleich Respektorie Antique Ningenhofer Consenars und Kunstwerken Vorkommende Inzendierium Respektorie Notiquotidiene Undescripture Urbis Ultrage Mit sechs Tafeln H. R. S. G. von Gode Friedus Johannes Hogewerf Johann Quirin von Richter in Altena S. Gravenhage Martinus Niehoff 1928 Notiquotidiene von Ennout von Buchel H. R. S. G. von Johannes Wilhelmus Canisius von Kempten Utrecht H. R. S. G. von Johannes